Und damit begrüße ich euch zurück zu Team Legion, heute mal ohne Webcam, weil jetzt für die Saisonabschlussfolge brauchen wir das nicht und es ist gerade sehr sehr warm, wir waren an der Isar, jetzt sind wir zurück und jetzt dachte ich mir, da mache ich doch mal weiter, damit ich eben auch mit der Saisonvorbereitung dann heute Abend starten kann und dann werden nämlich diese wunderbaren neuen Fahrer für uns an den Start gehen. Joey Roskopf ist mit dabei, ich blende gerade mal die blendenden Eigenschaften der Fahrer ein und da sehen wir, dass momentan unser Top-Fahrer Joey Roskopf ist, Ebene 73 und so weiter, da haben wir schon drüber geredet, 32 Jahre alt, wird sicherlich noch ein, zwei gute Jahre im Tank haben, dann Ida Freire, Williams, Hated und so weiter, war natürlich vorher schon mit dabei, Alex Mather, unser Golden Boy ist am Stissel, der allerdings nur ein Jahr bei uns bleiben wird, Hügelwert 70, Zeitfahren 69, sind schon sehr sehr gute Werte und ich denke mal, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall noch in den 70er Bereich geht, dann Theodorico Yara, ich weiß gar nicht, ob wir da vorher das Talent schon wussten, auf jeden Fall ein 4-7er Talent, 19 Jahre alt, Vertrag bis 2024, also ein richtig richtig großes mexikanisches Sprinttalent, dann Alec Kaun, der bei den Weltmeisterschaften einen guten Eindruck hinterlassen hat, unser aller Liebling, der Goldweinkanister, den wir auch Richtung Pancho ein bisschen trainieren müssen, damit die Hügel einfach noch stärker werden, also aus Curaçao, dann unser Bergtalent Colin Samuel aus Kanada, Talent 5-8, durchaus talentiert, der Junge, Bergwert von 66, die Zähigkeit ist auch bei 66, das sind sehr sehr gute Voraussetzungen für eine gute Karriere, dann haben wir Mariano Arroyo, den Mann fürs Kopfsteinpflaster, der wahrscheinlich ein, zwei Jahre braucht, um sich zu entwickeln und da wir langfristig Vertrauen in den Mann haben, haben wir ihm einfach mal einen Einjahresvertrag gegeben, also da bin ich ja absolut nicht knausrig, also Caden Hopkins, richtig talentierter Puncheur, 63, 64, also Hügel und Beschleunigungswert, auch der Rest ist in Ordnung, Sprint 59, Luft nach oben hat er natürlich ohnehin, Quentin Kaun, den Bruder von Alec Kaun haben wir noch geholt und Hunter Grove nach, ja, ich glaube er hat mindestens drei Beine verloren letztes Jahr, aber hat jetzt trotzdem schon wieder eine Fitness von 77%, genau, also das ist der Kader fürs nächste Jahr, da wird sich sicherlich dann auch für die neue Saison oder für die übernächste Saison dann einiges verändern, ich weiß, ich sage das relativ häufig, aber durch die zweite Saison werden wir tatsächlich dann auch ein bisschen schneller durchkommen, weil wir mehr Rennen simulieren, ich muss mir da immer auf die Finger klopfen, weil ich immer in jedem Rennen glaube, da noch mehr rauszuholen, aber es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt hier 95.000 Siege einfahren, sondern dass wir die spannenden Rennen gemeinsam dann eben begleiten. Nachwuchsarbeit war auch noch ganz interessant, bevor wir natürlich gleich in die Transfers einsteigen, unter anderem Ramon Cabrera aus Paraguay, Etappenrennfahrer mit einem Talent 5 bis 8, finde ich super spannend, momentan Durchschnittswert von 58, er ist ein Massi, also der räumt zu Hause seine Wohnung nicht auf und spielt jetzt auch für Paris Saint-Germain, Massi wird wahrscheinlich ein Team sein, oder? Keine Ahnung, Massi Vivo, achso, ich habe die Webcam nicht verstanden, jetzt habe ich gerade die Faust geballt wie so ein Depp, ja, da muss man sich dann erst wieder umgewöhnen, dass die Webcam weg ist, zum Beispiel habe ich gerade auch schon wieder reingeschaut, so Finn Fischer Black, sicherlich eines der größten Talente, dann haben wir Chris Longshaw, den wir so ein bisschen außen vor lassen können, natürlich Longshaw klingt auf jeden Fall so, ja, wie ein Pornoname, da muss man nicht drumherum reden, so wie Lance Hartwood einfach, wer ihn noch kennt aus How I Met Your Mother, So, Lawrence Pithy, der auf jeden Fall so ausschaut, als wäre er früher auf dem Pausenhof gehänselt worden, aber seitdem kann der richtig schnell Rad fahren, das ist also Forrest Gump aus Neuseeland, haben wir auch auf dem Zettel, war jetzt nicht verfügbar, da werden wir dann mal schauen, ob wir den ein oder anderen Fahrer für die Saison drauf dann verpflichten dürfen, damit wir auch Richtung Continental Pro kommen. Dann ein mexikanischer Sprinter, 24 Jahre, José Alfredo Rodriguez, ein Name, wie man ihn noch nie gehört hat, Roche Perrault, ein Ausreißer, 19 Jahre, mit einem guten Talent von 4 bis 7, da könnte man auch drüber nachdenken, ihn als Helfer zu verpflichten, Ausreißer sind ja sonst für eigentlich nichts zu gebrauchen, um ganz ehrlich zu sein. Dann Andrew Ramsey und so weiter, hatten wir glaube ich schon gesehen, und dann sind wir glaube ich auch mit unserem Kader schon durch. Das Personal werden wir zu Beginn der Saison 2022 verändern, da müsste ich dann gleich nochmal schauen, dass ich jetzt auch für die Off-Season quasi unseren Fahrern noch die Trainer zuweise, da müsst ihr jetzt nicht mit dabei sein, das ist nicht ganz so spannend und hat jetzt auch nicht die riesengroßen Auswirkungen. Da werden wir aber schon gut Geld investieren in unser neues Personal, damit unsere Fahrer sich eben auch schnell entwickeln und wir haben ja auch einfach ein bisschen Luft nach oben beim Geld, das ist alles völlig unproblematisch, da freue ich mich drauf zu sehen, wie die Fahrer sich dann eben auch weiterentwickeln. Dann einmal den Blick auf die Ergebnisse, das ist wahrscheinlich auch ganz spannend, also den Index schauen wir uns gleich an, machen wir erstmal kurz den Blick auf die World Tour. Primoz Roglic hat dort die Nase vorn, verwaut von Art und Miguel Angel Lopez, der jetzt ja auch bei der Vuelta España dabei ist, für das Team Movistar und ich glaube seinen Vertrag auch um zwei Jahre bis 2023 verlängert hat. Ich merke mir das immer auswendig, was Lukas auf dem Discord-Channel da postet. So, Primoz Roglic, Tour de France dritter, Katalunya zweiter, Baskenland, Romandie, Dauphiné, aber für den ganz großen Wurf hat es leider wohl wieder nicht gereicht. Ne, also, Tour de France nur der dritte Platz für Primoz Roglic, inzwischen jetzt 32 Jahre alt, jünger wird er nicht, ne? Wahnsinnsspruch. Wout van Aert werfen wir auch nochmal einen Blick auf den, ja, auf das Multitalent des Todes, anders kann man es nicht sagen. Tour de France, das Führungstrikot zwei Tage lang getragen, okay, eine Etappe gewonnen und einige sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren bei Weltmeisterschaften, vorne mit rein, Terreno Adriatico geholt, Tour de Polonia, die jetzt ja, glaube ich, heute zu Ende geht. Tadej Pogacar auf der vier, Fulsan auf der fünf und dann, glaube ich, müssen wir hier nicht einzeln drauf eingehen, aber auf jeden Fall ein ganz interessantes Bild. Wer war der beste Amerikaner? Wäre interessant zu wissen, vielleicht für die Zukunft, für unser Team, auf was wir da verpflichten können. Ich werde diesen Satz einfach so lange in die Länge ziehen, bis ich den ersten Amerikaner sehe und es ist ausgerechnet Quinn Simmons, den ich persönlich jetzt so semi-sympathisch finde, nach einigen Aussagen, die er getroffen hat. Aber gut, das lassen wir einfach mal weg, bevor dort irgendeiner sagt, was ist doch Meinungsfreiheit, du Idiot! Ist es ja auch. Ich sage ja nur, ich finde den nicht sympathisch. Das trifft auch auf einige andere Sportler zu, die weniger Dummes verzapft haben. So, Mathieu van der Poel holt sich die Kontinentalwertung Jasper Philipsen auf der vier und man kann sich, denke ich, mal schon denken, dass hier im Spiel IP10 Phoenix natürlich in die World Tour aufsteigt. Die haben einen Bombenkader. Mal schauen, wie lange Mathieu van der Poel dort verlängert hat. Bis 2023 geht dort der Vertrag. Joa, Durchschnitt von 80. Kann man mal machen. 26 Jahre alt. Inzwischen auch schon ein richtig alter Sack. Dann machen wir da nochmal den Blick. Kontinental sind wir mit unserem Mexikaner Eder Freyra auf Platz 24 am Start, sogar vor Mikkel Rehm. Dann müssen wir ein bisschen runtergehen. Lance Hedet, Alec Kaun. Knapp außerhalb der Top 50, genauso wie Corey Williams. Und im Superprestige müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen scrollen. Und da ist dann Wout van Aert sogar vor Primoz Roglic und Tade Pogacar auf der drei. Suchen wir mal unseren besten Mann. Das ist Eder Freyra auf 179. Eigentlich total gut. Und die meisten Siege dieses Jahr geholt hat. Okay, ja, das ist dann Richtung Kontinental natürlich wieder. Raimond Kreda hat sich das geholt. Für das Team Ukyo, also für das japanische Team. Der Holländer erfolgreich. Natürlich Sprinter. Schauen wir mal. Da waren bestimmt jetzt keine riesigen Rennen dabei. Sieht man hier auch. Okay, wahrscheinlich bei den ganzen Etappenrennen hat er sich die Sprints geholt. Also Glückwunsch nach Holland. Dann kommt hier Algerien mit Youssef Regigi. Dann Malaysia mit Harif Saleh Mott. Oder andersrum. Jetzt habe ich wieder in die Webcam geschaut. Eder Freyra auf der 15 mit 10 Saisonsiegen. Da können wir, wie gesagt, sehr zufrieden sein. Und dann gehen wir nämlich auch gleich rüber in die Teamwertung. Ich glaube, hier ist eigentlich immer ein ziemlich ähnliches Bild. Bora Hansgur als bestes Team. Aus Deutschland auf der 10. Team DSM auf Platz 13. Da werfen wir mal ganz kurz den Blick auf die Saison. Auch wenn wir das natürlich gleich ohnehin gemacht hätten. Ergebnisse. Und die größten Siege nach Paris-Roubaix gegen Antich Benut. Ganz, ganz stark. Was haben die sonst noch gewonnen? Sparkassen Münster, Langiro durch Keesbol. Dann Tour de la Provence. Und dann waren es eher kleinere Rennen, wenn ich das richtig sehe. Britannia Classic noch. Michael Stoura hat sich die Etappe 3 bei der Dänemark-Rundfahrt geholt. Und bei der Emirates-Tour gab es noch einen Sieg durch Kaspar Pedersen. Nico Denz bei der Tour de Swissen-Etappe. Romain-Bardet internationale Österreich-Rundfahrt. Und bei Paris-Nitzer noch durch Grand-Andersen. Und dann gab es natürlich noch einige Bergwertungen und Sprintwertungen. Also Team DSM ganz ordentlich erfolgreich. 32 Fahrer jetzt auch im Kader. Continental haben wir die Top Ten geschafft. Das war eigentlich die Platzierung, die wir auch schaffen wollten. Das ist ziemlich gut. 1500 Punkte. Im Superprestige sind wir wahrscheinlich wieder so um Platz 40. Genau Platz 38 ist es dort geworden. Da ist Jumbo Wisma auf Platz 1. Und bei den Siegen sind wir mit genau 20 Siegen sehr, sehr gut im Soll. Mit Bike-Advance glaube ich etwas mehr in der ersten Saison. Aber das ist trotzdem in Ordnung. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob es deutlich mehr war. Und unser Kader war ja auch nochmal ein kleines bisschen schlechter als mit Team Bike-Advance. Und es gab auch weniger Rennen zu fahren. So, dann gehen wir mal rüber in den Transfer-Bildschirm. Und schauen uns das Team genau an. Transfer. Wesley Hill, da hatten wir ja auch mal drüber nachgedacht. Den hatten wir auch mal auf dem Zettel. Vielleicht fährt der uns ja irgendwann mal über den Weg. Und dann gehen wir das einfach mal in der World Tour durch. Und finden schon mal ein paar sehr, sehr interessante Transfers. Da ist Alexander Vlasov, der jetzt ja der Königstransfer von Bora Hansgrohe war. Der wechselt hier im Spiel zu Arje Desea. Also das ist so ein Wechsel, der sich einem aus der Realität jetzt nicht so richtig erschließt. Arje Desea jetzt nicht dafür bekannt, in der Gesamtwertung eine große Rolle zu spielen. Wen hat er dort an seiner Seite? Paripentre könnte ihm natürlich helfen. Ansonsten sieht es allerdings auch schon eher schlechter aus. Sven Drame und Godin sind noch ganz gut in den Bergen. Genauso wie Corsenefrois. Aber sind natürlich keine klassischen Bergfahrer, die da bis in den letzten Berg reinballern können. Dann Contin, Jurigi. Jurigi wechselt zu Arje Desea von BNB. Valentin, Paripentre. Also der kleine Bruder wahrscheinlich, würde ich mal tippen. Aus dem U23-Team wird hochgezogen. Finde ich auch sehr cool. Und Guillaume Miasso, der momentan arbeitslos war. Ben O'Connor geht zu der König Quickstep. Lilian Karmjan, Toni Galopin verlässt ebenfalls das Team. Und dann ist das eher mal unspektakulär, bis eben auf Alexander Vlasov. Dann schauen wir mal, was Eipel 10 Phoenix mit dem neuen Budget so anfängt, was sie dann für die World Tour bekommen. Davide Formolo stößt dazu. Max Kanter von Team DSM. Emile De Renz. Jan-Willem van Schip. Peter Serri. Mauriz Lamartin kamen noch mit dabei. Boy von Poppel kommt mit dazu. Und dann noch Jules Loh oder Laus, wie auch immer genannt. Der stand, glaube ich, auch mal irgendwann in den Kommentaren, dass wir den verpflichten sollen. Beziehungsweise, dass das eines der größten Talente ist. Da habe ich mir den Namen irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. So, Ben Tullet verlässt allerdings das Team und geht zu Astana. Genauso wie Gianni Vermersch, der sich dem belgischen Team Jumbo-Wismar anschließt. Alexander Krieger geht zu Bahrain Victorious. Auch ganz interessant. Müris haben wir da sonst noch was Interessantes dabei. Und David van der Poel wechselt zum Beat Cycling Team. Also, so ein richtiger Königstransfer ist da jetzt nicht dabei. Davide Formolo natürlich schon eine starke Ergänzung für die Rundfahrten. Aber man sieht das hier auch an den Werten. Naja, 74 Berg, 79 Hügel dann wahrscheinlich eher als Klassiker-Unterstützung zu sehen für Mathieu van der Poel. So, das nächste Team ist Astana. Über die Abgänge haben wir da schon jetzt gesprochen, dass Alexander Vlasov weg ist. Ben Tullet kommt hin und Lennart Kemner wechselt ebenfalls zu Astana. Auch ein Wechsel, der jetzt nicht so realistisch ist. Ich glaube, Lennart Kemner, der ja momentan so ein bisschen mit dem Kopf zu kämpfen hat, sagen wir es ruhig so, braucht sicherlich ein gutes Team in seinem Rücken. Und bei Astana wäre der Druck wahrscheinlich für ihn auch etwas zu groß. Fabio Aro, der ja eigentlich die Karriere beendet, kommt zurück von Team Kubeka zu Astana. Mattia Cataneo von der König Quickstep wechselt zu Astana. Den Rest könnt ihr euch hier selber so ein bisschen durchlesen. Sören Warnskeold, auch ganz interessanter Fahrer von UNOX, ja eines der Lieblingsteams von vielen. Kann ich auch total verstehen. So, das wird auf jeden Fall Benji richtig das Herz bluten. Alex Aranburo wechselt zu Akea Samsic. Vlasov ist weg. Matteo Sobrero wechselt das Team. John Isagiere geht zum FC Porto Team. Auch nicht schlecht. Also das ist die Königsverpflichtung da aus Portugal. Fabio Felazio geht zum Team Kubeka. Luis Leon Sanchez nicht verwechselt, sondern wechselt zum Karriereende. Und was auch ein sehr, sehr starkes Team inzwischen ist, da machen wir mal ganz kurz den Sprung rüber in die Continental Pro Tour. Da ist nämlich das Colnago Team, das sich aus Continental richtig nach oben katapultiert hat. Nadnel Tesfazion hier mit der 77 am Hügel. Das ist schon stark. 69 Sprint, 72 Beschleunigung. Also der Eritrea hat hier jetzt deutlich bessere Werte und ein höheres Talent mitbekommen, als er das bei uns hatte. Richtig guter Fahrer. Domenowak mit dabei, klingt eher so, als würde er Skispringen machen. Alexander Kamp, mehr Havi Kudus. Josef Ariruja, also das Colnago Team setzt auch sehr auf Afrika. Ja, also da werden wir mal ein Auge drauf haben auf dieses orangene Trikot. Gefällt mir persönlich sehr gut, was dort passiert. Und dann springen wir wieder zurück. Jetzt machen wir das Ganze mit amerikanischem Akzent. Machen wir nicht, sonst wird es nämlich echt anstrengend. Benjamin Perry, auch interessant aus unserer Sicht. Kanadischer Fahrer, den wir ja auch bei den Weltmeisterschaften, glaube ich, nominiert hatten. Ich weiß nicht, ob er dann im Endeffekt dabei war. Ich glaube, er war derjenige an der Seite von Alec Kaun. Ist aber jetzt auch schon wieder eine Woche her und da kann kein Mensch verlangen, dass ich mir das merke. So, Bora Hansgrohe, eher ein wenig, uiuiui, sehr, sehr übersichtlich. Alvaro Hodge kommt von der König Quickstep, der hat auch keinen Bock mehr. Ja, also dauernd werden ihm irgendwelche Sprinter vor die Nase gesetzt, mit denen er nicht mehr gerechnet hätte. Jonas Koch kommt von Enter Marché, das macht Sinn, total sogar. Petr Rikunov und Franco Pletting kommen und dann geht dort einiges weg von Bora Hansgrohe. Und das wird sich wahrscheinlich auch im Index so auswirken. Es sind auch nur noch 25 Fahrer im Team. Zum Beispiel Pascal Ackermann geht zu Team DSM. Das ist etwas überraschend, aber passt natürlich schon ziemlich gut. Für das Team wäre er natürlich der absolute Spitzensprinter. In der Realität ist er zum Emirates-Team gewechselt und ihm wird bestimmt das Herz aufgehen, wenn er für die Tour de France als 16. Fahrer als Ersatz nominiert wird. Lennart Kemmner, genau, verlässt auch Bora Hansgrohe. Patrick Konrad geht weg. Ide Schelling geht zu Team DSM. Haben wir da schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten das schon mal im Bild. Also da wird sich Max freuen, da wird sich der Lukas freuen. Da gibt es einiges an Freude zu sehen. Daniel Oss geht weg. Markus Burkhardt, Andreas Schillinger beendet die Karriere. Matt J. Bottner geht zu Astana. Also Bora Hansgrohe macht definitiv für die neue Saison einen großen, großen Schritt zurück. Wirklich nicht nach oben. Und auch bei Bahrain-Victorias sieht das jetzt nicht so stark aus mit den Neuverpflichtungen. Michelander und Damiano Caruso sind natürlich zwei starke Fahrer, die man als Kapitän in eine dreiwächige Rundfahrt reinschicken kann. Und die können ja natürlich auch das Podium fahren. Caruso hat es ja gezeigt beim Giro d'Italia mit seinem zweiten Platz. Michelander hätte sicherlich bei der Tour de France eine starke Rolle gespielt. Und ich hoffe mal, dass er das bei der Vuelta jetzt schafft. Drück ihm die Daumen, dass er da gegen Roglic und gegen Timineos mithalten kann. Neuverpflichtung auf jeden Fall schon mal John Degenkolb. Dann Alexander Krieger kommt mit dazu. Daniel MacLea, Siskevicius, Markus Burkhardt. Und ansonsten noch ein paar talentierte Nachwuchsfahrer, unter anderem auch Fraporti von Iolo. Dann Pejo Bilbao geht weg. Wout Pools geht zu Team DSM und Pejo Bilbao geht zu den Ineos Grenadiers. Da bin ich mal sehr gespannt, wen die dafür abgeben oder ob die ihren Kader so zusammenhalten können. Das ist mal ein Transfer. Also das Union-Reifeisenrad-Team Tirol holt sich Marc Padun. Na sicherlich. Ja, also man sieht das schon. Die haben jetzt halt keine anderen Fahrer mehr im Kader, die irgendwas können. Aber interessant. Also Marc Padun macht erst mal sieben Schritte zurück, um dann vielleicht irgendwann wieder einen nach vorne zu machen. Cleverle. Santiago Bitrago geht zu Astana. Haben wir da sonst noch Interessantes? Heinrich Hausler beendet die Karriere. Genauso wie Marcel Sieberg und Yukiya Arashiro beendet ebenfalls die Karriere. Auch kein Fortschritt für das Team Bahrain-Victorious. Ganz klar. So, Kofidis verpflichtet auch kaum wirklich gute Fahrer. Pierre Rouland kommt vom B&B Hotel. Da ist aber sonst eher Talent auf dem Zettel. Und dann gehen einige Fahrer, die man aber auch fast vernachlässigen kann. Nadnay Behane geht zum Global Six Cycling Team. Das sagt mir irgendwie auch erstmal nichts. Ein anscheinend australisches Team. Da ist er jetzt auch der Teamkapitän. Sammelt Sebastian Rudy Porter. Aber Kofidis war noch nie das spektakulärste Team. Guillaume Martin, Christoph Laporte und Elia Viviani bleiben auf jeden Fall hier im Spiel zumindest. Ich glaube, da ändert sich zumindest bei Elia Viviani, ändert sich das Team für die kommende Saison. Weiß aber nicht, ob das schon sicher ist. So, der König Quickstep denkt sich, nee, wir wollen auch bei den großen Rundfahrten mal richtig reinhauen. Deswegen verpflichten wir Jaron Thomas. Der hat Talent. Der ist jung. Der ist knackig. 35 Jahre. Jawohl, das passt. Und weil das bei Jaron Thomas so gut passt mit den 35 Jahren und dem Talent, machen wir das natürlich bei Ritchieport auch. Der ist nämlich noch ein Jahr älter. Der ist noch knuspriger. Dann holen wir uns den noch ins Team. Ben O'Connor kommt ebenfalls. Das ist eine total sinnvolle Verpflichtung. Ganz, ganz starke Tour de France. Natürlich ein bisschen durch die Ausreißergruppe bedingt. Dann Patrick Conrad kommt dazu. George Bennett kommt zum The König Quickstep Team. George Bennett geht, glaube ich, auch zum Emirates Team von Tadej Pogacar in der Realität. Daniel Martin kommt. Edward Deunce kommt. Jelle Valais, Jandro Müris, alter Vater. Und dann holen sie sich noch, ja, so ein Enzo Vautas kann man sich natürlich als Sprintanfahrer auch nochmal gönnen. Aber dann ist der wenigstens bei den kleinen Rennen aus dem Weg. Jao Almeida geht zu den Ineos Grenadiers. Okay. Mikkel Fröhlich-Onore geht zum Team Kubica. Das ist ein sehr sinnloser Wechsel. Bei Juli geht auch zu Ineos. Der hat bestimmten Talent. 5 bis 8. Der wird mal sehr stark werden. Hodge haben wir schon gesehen. Cataneo ebenfalls. Wird sich natürlich jetzt so ein bisschen doppeln. Aber man kann hier definitiv sagen, dass das Team, auch wenn die Durchschnittswerte jetzt nicht so unterschiedlich sind, schon stärker geworden ist. Aber sie haben ein bisschen ihre Zukunft auch verkauft, wenn man ehrlich ist. Also 23, 24, 25 und so weiter. Der König Quickstep setzt alles auf die Saison 2022 danach. Ganz ehrlich. Wenn wir dem Bändler glauben, dann ist, ab September sind wir eh alle tot, weil wir geimpft sind. So, Lukas Plapper-Lapapp, der ist neu bei Education First. Ben Swift ist mit am Stissel. Aber ansonsten glaube ich für das beste amerikanische Team, ja mit Traxy Gafredo natürlich zusammen, unspektakulär. Kann man nicht anders sagen. William Barter verwechselt, äh, warum sage ich da und verwechselt? Ja, er verwechselt vielleicht nächstes Jahr sein Team irgendwann mal. Aber ich hoffe mal, er hat dann das richtige Trikot an, nämlich das von Team Kubeka. Dann T.J. van Garderen, den wir ja sehr, sehr gerne geholt hätten. Der Wechsel zu Karriereende. Lacklen Morton haben wir hier mit Absicht weggelassen. Der Mann, der bei der Tour de France so sympathisch hinterhergeradelt ist. Der wechselt jetzt nach Südkorea vor lauter Schreck. Oh, nicht schlecht. Ob das unbedingt so der Karrierekick ist, sehr schade. Dann hätten wir ihn doch lieber unter unsere Fittiche nehmen sollen. Fittiche. So, ein paar Japaner natürlich mit drin. Education First Nippo. So, Claudio Imhoff ist der stärkste neue Fahrer bei Groupama, die mal wieder beweisen, dass sie ein sehr unspektakuläres Team sind. Benjamin Thomas geht weg und dann können wir da eigentlich auch schon drüber hinweggehen. Also Stefan Küng, Arnaud, Demar, David Goddue, da verändert sich kaum was. Das Team ist schon relativ gut in der Spitze, aber so der absolute Spitzenfahrer fehlt. David Goddue gehört natürlich da schon mit dazu, aber er muss auch irgendwann mal ein richtig großes Ergebnis liefern. Natürlich Etappensäge und so weiter, aber auch über drei Wochen gesehen muss da einfach mal was kommen. Ich glaube, dieses Jahr bei der Tour de France über die Mont Ventoux ist er, glaube ich, eingebrochen bei der sehr, sehr großen Hitze. Und jetzt sind wir auch bei dem spannendsten Team normalerweise zumindest. Dieses Jahr allerdings muss man sagen, Almeida und Bebao zusammen mit Sergio Samitier, oder Samitier, weil er Spanier ist, verpflichtet. Aber Jaron Thomas, Richie Port verloren, Gianni Moscon, Ivan Sosa verloren, der in die kolumbianische Heimat wechselt zum Team Medellin. Dries van Hestel kommt mit dazu. Ja, aber das ist ungefähr so die Transferpolitik dieses Jahr vom FC Liverpool, muss man sagen. Wir verpflichten vielleicht einen Guten und werden die Konkurrenz sieben Gute verpflichtet. Aber ist ja auch Corona, um Gottes Willen. Ich will das jetzt auch gar nicht vergleichen, aber für Team Ineos ist das eher unspektakulär. Aber Gianni Moscon geht zu Team DSM. Oh, da wird sich Lukas freuen. Sein Lieblingsfahrer wechselt zum Team DSM, wenn er dann neben ihm steht, wenn Interviews gegeben werden. Das wird ein Fest. Ivan Sosa haben wir schon gesehen. Ansonsten Castro Viejo geht zurück zum Movistar-Team. Ich glaube, er ist früher mal für die Gefahren. Ben Swift und Michael Gollas beendet die Karriere, auch sehr realistisch. Das hat er, glaube ich, in der Realität auch getan. Da hat er auch das Rad an den Nagel gehängt. So, Intermaché, die sind ja aus der World Tour rausgefallen. Die werden nächstes Jahr nur Continental Pro fahren. Das einzige Team, das abgestiegen ist. Zugunsten dann von Alpecin Phoenix, Bert van Lerberge, Emidechent, Taco van der Hoorn geht zu Drexiger Fredo. Jonas Koch haben wir schon gesehen bei Bora Hansgrohe. Und ansonsten, ja, Durchschnittswert von 75 ist jetzt wirklich nicht besonders gut. So, Israel Startup, Markus Hulgard kommt hier mit dazu. Die waren sehr übersichtlich und haben eigentlich genau das, was sie verloren haben, sich wieder geholt. Aber mit großem Talent. Das muss man dazu sagen. Markus Hulgard, Etappensieger jetzt beim Arctic Race of Norway. Clément Rousseau, Nordklassiker-Fahrer, ganz, ganz stark, 26 Jahre. Vadim Bronski, ein guter Etappenrennenfahrer, 23 Jahre. Und Caden Groves, auch ein sehr, sehr talentierter Sprinter aus Australien. Und dafür verliert man ein paar etwas ältere Fahrer. 35-jährige Daniel Martin, der, wie schon gesehen, zu The König geht, die ja generell nur Alte verpflichtet haben. Und Ben Hermanns mit 35 Jahren beendet seine Karriere. Okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber tschüss, ne? Mach's gut. War schön mit dir. Schöne Neuverpflichtung, muss man sagen. Passt wie die Faust aufs Auge für Israel Startup. Mit Michael Woods hat man einen passablen Rundfahrer, der natürlich seine Stärken aber eher bei den etwas knackigeren Ankünften hat. Sepp Van Marke, Davide Cimulay. Gut, ein Sprinter wäre vielleicht noch gut für das Team. Aber da lag der Fokus ja noch nie so drauf. Rick Zabel natürlich mit dabei. André Greipel haben wir hier noch mit drin, der nächstes Jahr wohl tatsächlich noch weitermacht. Also André Greipel natürlich der Sprinter, um Gottes Willen, falls er jetzt in einer ins Gesicht springt. Vielleicht Gorilla zum Beispiel, nur so. So, Lottes Odal. Auch mega spektakulär, was die neu verpflichten und was sie abgeben. Frederik Frieson, Halbfrisur, Halbbison geht auf jeden Fall zum Team Kubeka. Calabune bleibt der Top-Sprinter und auch ansonsten bleibt der Kader relativ gleich. Grube Großens verlässt das Team in der Realität auch. Weiß aber nicht mehr genau, wo er hingeht. So, das Team Movistar. Castro Viejo wissen wir. Gesso Serrada geht zu Kofidis. Da haben wir vorhin gar nicht so genau drauf geschaut. Lobato geht weg. Raphael Walz. Ja, kann man so lassen. Juri Hollmann wechselt zu Iolo Kometa. Ganz interessant. Hollmann ja ein sehr, sehr guter Zeitfahrer. Noch junger Fahrer, 22 Jahre. Achso, er wird jetzt als Nordklassiker-Fahrer. Ein kategorisiert. Ich dachte immer, seine Stärke wäre tatsächlich das Zeitfahren. So, Carlos Verona geht zu Bike Exchange. Ansonsten aber auch wenig gute Neuverpflichtungen. Bei Movistar, da setzt man auf jeden Fall eher auf die Fahrer, die ohnehin schon im Team sind. Miguel Angel Lopez, Henrik Maas, Marc Soler und Valverde, der die Karriere natürlich nicht beendet mit 41 Jahren. Das ist Open End. Da wird er einfach gnadenlos durchziehen. Dann das Team Bike Exchange. Christopher Halverson kommt dort. Carlos Verona und ansonsten noch ein paar jüngere Talente. Und Ben Düball, der auch bei Juventus spielt, nebenbei, kommt vom Team Ukyo. Und Caden Rose, Skabu Grimmay geht zum Elektro-Hyper-Hyper-Europateam. Auch ganz schönes Trikot eigentlich. Vor allem Elektro-Hyper-Europa und dann ist es Argentinien. Also, naja, muss man nicht verstehen, aber macht ja nichts. Wahrscheinlich kann mir das irgendeiner erklären, dass ich ein Idiot bin. So, also Bike Exchange bleibt auch relativ unverändert. Simon Yates, der Rundfahrer, Lucas Hamilton und Esteban Chavez können das auch sehr, sehr gut. Robert Standard eher für die Ein-Tages-Rennen. Auch Michael Matthews hier natürlich drin. Michael Neve, ein ordentlicher Kader, aber Bike Exchange hat mich dieses Jahr jetzt wirklich nicht vom Hocker gehauen. Mit Simon Yates zu Beginn schon. Aber, ja, war jetzt auf jeden Fall nicht der absolute Kracher. Und der absolute Kracher ist auf jeden Fall die Transferpolitik von Team DSM. Mit Pascal Ackermann holt man sich einen super Sprinter rein. Joa, 78, 77 nur noch. Der wurde böse runterplatziert hier im 21er Pro Cycling Manager. Da ist Kies Bohl wahrscheinlich sogar stärker. Ja, 79, 78. Also Ackermann Anfahrer für Kies Bohl. Mit Thich Benot, Dremont Bardet und Jay Hindley hat man ohnehin richtig gute Fahrer schon gehabt. Ilan van Wilder, wahrscheinlich eines der größten Talente des Radsports, ist hier auch mit am Start. Der wird wahrscheinlich das Team, ja, sich so ein bisschen wegklagen. Hat zwar noch Vertrag auch für die kommende Saison, aber da gab es jetzt auch schon irgendwelche Querelen. Und Ilan van Wilder wird, wenn das Team DSM das zulässt, da wahrscheinlich den Weg ja aus dem Vertrag rauslassen. Was aber, sie müssen es nicht. Aber wird wahrscheinlich so passieren. Zumindest hat das ja bei Team DSM die letzten Male, wenn es solche Fälle gab, immer mehr oder weniger dazu geführt, dass man sich dann doch einig geworden ist. So, Gianni Moscon wechselt. Ida Schelling kommt mit dazu, Ramon Sinkeldam und Dennis van Winden. Und dafür verlassen Max Kanter, Nico Dens, Chad Hager und der Bruder von Søren Groh Andersen, der Arsbjörn. Siehst du, deswegen könnte ich schon nicht bei Team DSM arbeiten. Also wenn ich ihn rufen müsste, ich würde einfach lachen. Es ist total dämlich, aber macht ja nichts. So, Team Jimbo Wismar macht das auch sehr übersichtlich. Sie verlieren im Grunde eigentlich nur George Bennett, aber Christoph Fingsten geht zu Team Bike Aid. Sehr, sehr nice. Also Christoph Fingsten, richtiger Ehrenmann. Und was für eine Bombenverpflichtung das ist für Team Bike Aid. Der kann richtig viel. Stark und ansonsten Verstärkung gibt es für Warren Baggi. Äh, für Primoz Roglic kommt Warren Baggi an die Seite. Sicherlich auch für die Rundfahrten, aber auch für Wout van Aert bei den Eintagesrennen. Genauso wie Gianni Vermeersch dann eben bei den Kopfsteinpflasterrennen nochmal unterstützt. Sandor Behrens, junger, talentierter Fahrer. Also Jimbo Wismar bleibt stabil. Haben die Verträge verlängert oder hatten ohnehin schon langfristige Verträge mit ihren Fahrern. Das passt doch gut. Dann ist Team Kubica. Die waren sehr, sehr fleißig auf dem Transfermarkt. Das haben wir schon gesehen. Matthias Rupero, Mikel Honoré, William Barter, Fabio Felazio, Frederic Frieson. Die haben auf jeden Fall auch sehr nach geilen Namen verpflichtet. Und dann gibt es noch einige südafrikanische Fahrer. Und Clint Hendricks. Mega gut. Clint Hendricks ist back. Der Mann, der eigentlich ja letzte Saison zumindest noch bei Team Bike Aid am Start war. Gibt hier aber keine Daten leider über ihn. Also Clint Hendricks ist back. Jetzt haben wir auch mal ein Bild zu ihm. Sieht ein bisschen aus wie Virgil van Dijk, der seinen Vertrag bei Liverpool auch verlängert hat. Robert Power wechselt zu B&B. Aru ist weg. Pozo Vivo beendet seine Karriere. Auch sehr schade. Sehr cooler Fahrer immer gewesen. Und Bertjan Lindemann wechselt zum Evo Pro Racing. Das Team, wo ich das Trikot so geil fand. Das sah echt nice aus. Das wäre eines meiner... Ja, war so in den Top 5 auf jeden Fall für das Let's Play. Alleine wegen des Trikots. Und jetzt Bertjan Lindemann wäre natürlich eine Traumverpflichtung für uns gewesen. Aber ein Holländer in einem irischen Team. Äquizidnisch. Wäre jetzt wahrscheinlich... Hätte nicht in unser Konzept gepasst. Und dann sind wir auch bald durch mit den Vuelto-Teams. Jetzt sind wir gerade mal bei einer halben Stunde. Es kommt mir schon viel, viel länger vor. Trackseeker Fredo. Auch einer unserer Konkurrenten um die amerikanische Krone. Kovie wird geholt. Ja, weiß nicht. In Kovie-Zeiten könnte man darüber nachdenken, das auch einfach ins Karriereende zu schicken. Mit 23 Jahren allerdings dann auch schwierig. Alles Taco, Van der Hoorn. Neu mit dabei. Bonifacio für die Sprints. Für Mats Pedersen. Und Moschetti dann so Richtung Anfahrer. Die Abgänge sind Nicola Conci. Niklas Eck, der ja glaube ich zum UNO-X-Team wechselt. Hier geht es zu Lolitano. Und ansonsten Antonio Nibali verlässt das Team. Also die Brüder sind nicht mehr vereint. Aber Vincenzo Nibali, wir endet die Karriere. Ne, der bleibt also auch immer noch stabil. Und Kuhn de Kort geht ins Karriereende. Und das war in der Realität ja auch so. Da gab es ja glaube ich auch den Unfall. Aber er wird im Team Trexiger Fredo seine Rolle bekommen und dort quasi nach der Karriere weiterarbeiten. So, Team Emirates. Das ist nochmal sehr interessant. Die verstärken sich nämlich momentan wie Bolle. Und hier im Spiel verstärken sie sich, wie Bolle es nicht tun würde. Ich weiß nicht, wie man es anders formulieren soll. Aber Bolle hätte da auf jeden Fall mehr gemacht. Die holen sich nur Benjamin Thomas. Ansonsten, ja, ein paar italienische, jüngere Fahrer. Aber was wollen die jetzt mit Davide Apollonio als Sprintanfahrer wahrscheinlich? Für Fernando Gaviria, Alexander Christoph noch im Team, der ja eigentlich auch das Team verlässt. Vom Modo geht, Kowi, Conti, Ryabushenko. Also das ist alles. Rui Costa geht Richtung Karriereende. Rychese ist weg. Alles nicht so, wie man sich das momentan täglich in den Radsport-News anhören muss. Ähm, etwas enttäuschend. Da habe ich mir jetzt mehr erwartet. Tadej Pogacar bleibt damit mehr oder weniger. Rafael Maika nur an seiner Seite. Wo ist denn der Pole? Ah, der ist hier unten. 77er Bergwert, Zähigkeit 70. Naja, ist jetzt wirklich nicht überragend. Und in den Hochgebirgsetappen. David de la Cruz wäre noch an seiner Seite. Der jetzt ja so mit Rafael Maika zusammen in die Wuelta reingeht. Als Doppelspitze wahrscheinlich. Natürlich Juan Ayuso. Oh Gott, wie konnte ich den vergessen? Das Megatalent des Radsports. Also Ayuso natürlich auch noch mit dabei. Der wird sicherlich Tadej Pogacar unterstützen, wenn er nicht sogar schlagen kann in ein paar Jahren. So, dann sind wir durch mit den Wuelta-Teams. Schauen wir bei Continental Pro nochmal schnell vorbei, was uns dort interessiert. Alpecin Phoenix interessiert uns natürlich. Da haben wir ja auch schon drüber geredet. The Past Show. Dann was interessiert. Ich mache jetzt mal, was mich noch interessiert. Yolo Cometa interessiert mich persönlich. Juri Hollmann wird dort verpflichtet. Alessandro Fedelli. John Archibald. Der fette Erik geht leider weg. Mensch. Zum St. George Continental Team. Also, der wird einfach ins Internat geschickt. Martondina. Dort der beste Kleinball. Lorenzo Fortunato. Ja, auch Etappensieger beim Giro d'Italia gewesen. Großes Talent. Ich glaube, dass er auch nochmal größere Sprünge machen kann. Da, wo Alberto Contador sich so gefreut hat über den Etappensieg. So, Equipo Kern Farmer. Naja, da müssen wir nicht unbedingt reinschauen. Rallye Cycling. Schauen wir nochmal kurz vorbei. Joy Roskopf geht eben zur Legion of Los Angeles, wo ich jetzt aus Versehen draufgeklickt habe. Völlig sinnlos. So, da sind wir wieder. So, Matthew Richitello. Den wir ja auch auf dem Zettel hatten als Golden Boy. Der wechselt dorthin. Hat sich auch schon am Berge richtig verbessert. Harry Phillip. Einfach. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Welchen royalen Namen nehme ich jetzt? So, Corey Lockwood. Nicer Name. Und dann sind die Abgänge auf jeden Fall stärker als die Neuzugänge. Vielleicht können wir Rallye Cycling dann irgendwann auch mal als Nummer 3 angreifen. Wobei wir das dieses Jahr ja schon relativ gut geschafft haben. So, Timakia Samsic. Vielleicht noch interessant. Was macht Nairo Kintana und vor allem was verpflichten die Neu? Alex Aranburu kommt mit dazu. Dafür verlinnen sie Warren Baggi, Clement Rousseau und Thomas Boudin. Auch Daniel McLean geht weg. Quintana trotzdem noch im Team. Nasser Buhani, Flores an der Seite von Quintana ist dann noch am Start. Die Große, ja, aber auch kein gutes Jahr hatte. Timo Gernalek. Ja, mei. Also, Timakia Samsic wie immer. Nairo Kintana wird ein Tag das Bergtrikot irgendwo tragen und dann wieder hoffnungslos einbrechen. Dafür aber immer noch ein sehr, sehr schöner Twitter-Account. Da der Fake-Kintana-Account. Das ist immer sehr schön. So, Total Energies oder Total Energie, die sich ja Peter Sagan unter den Nagel gerissen haben. Mit einem der hässlichsten Trikots, das einfach aussieht, als wären wir noch in den 90er Jahren gefangen. Ganz, ganz schrecklich. Emmanuel Morin. Die Top-Verpflichtung. Galopin kommt mit dazu. Clement Auxer, Cyril Gauthier mit 34 Jahren. Aber sie verlieren auch einiges Wichtiges, wie Dries van Grestel, Bonifacio, Boisson Hagen, der die Karriere nicht beendet. 34 Jahre, wechselt zurück in die Heimat zum UNO-X-Team. Ja, auch ein Drama gewesen mit Boisson Hagen, wie er das Zeitlimit bei der Tour de France verpasst hat. UNO-X holen sich eben Boisson Hagen, verpflichten ansonsten junge Nachwuchstalente, verlieren Markus Hulgott, Christopher Halverson und Sören Wawrenskjold. Das Team ist also definitiv schwächer geworden für die neue Saison. Schade. Und dann machen wir natürlich noch den Blick auf das Team Bike8. So, die haben sich nämlich gut verbessert. Unter anderem Florian Lipovitz vom Tirol KTM Team geholt. Sehr, sehr stark. 21 Jahre, Bergwert 73. Team Bike8 wird also relativ gut aufgestellt sein. Man sieht das hier schon. Für die neue Saison. Christoph Fingsten haben wir gesehen. Dann kommt Pierre Pascal Keup vom Team Lotto Kernhaus. Auch eine schöne Verpflichtung. 20 Jahre alter Puncheur. Das läuft gut. Christopher Hatz, den hatten wir auch schon mal, ich glaube, in dem Jan-Ulrich ProCyclist. Da haben wir immer gesagt, entweder mal Hatz oder mal Hatz nicht. Und Theo Zetsche. Ich glaube, Bike8 wird bald von Mercedes abgelöst als Hauptsponsor. So, Maxap Devisai verlässt leider das Team. Geht zum General Store. Ai, ai, ai. Das ist aber auch ein Name. Also, er geht zum italienischen Team. Zusammen mit Joshua Hupperts. Kann passieren, ne? Hupperts. Klingt einfach echt, als würde man über so einen Hubbel fahren. Schönes Ding. Charles Kagemu geht zu Shenzhen Xai Cheng Cycling Team. Da ist er auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Und man sieht das schon im Durchschnitt. Okay, Italiener, Belgier und unten kommen einfach die ganzen Chinesen. Finde ich auch sehr spannend. Aber das... Die fahren wahrscheinlich alle für Hübi. Jasper Palke geht weg. Und Matthias Schnappke beendet mit 41 Jahren die Karriere, während Alejandro Valverde immer noch am Stissel ist. Also, gutes Team. Schönes Team Bike8. Justin Wolf im Zeitfahren mit der 74 inzwischen. Also, auch nochmal einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Florian Lipovic hat bestimmt noch Luft nach oben. Bergström Frisk. Guter Rundfahrer. Carstensen für die Sprints an der Seite von Jesse DeRoy. Und dann hat man da auch noch ein paar gute Anfahrer hier unten mit Christopher Hartz und Zetsche. Total gute Kaderstruktur bei Team Bike8. Da kann man eigentlich echt nicht meckern. Dann gehen wir nochmal rüber und gehen die Liste durch, falls wir irgendwas Interessantes verpasst haben. Ich weiß es gar nicht, welche Teams wir hier normalerweise jetzt gerade noch so auf dem Zettel hatten. Das Development Team DSM. Boah, Henry van den Abellen 74. Auch nicht schlecht. Also, auf jeden Fall interessante Transfers, die wir hier gesehen haben. Schauen wir nochmal die deutschen Teams durch. P&S Metalltechnik, die wirklich auch in den Top 5 waren von meinen Teams. Da ist auch Kollege Schnürschuh ist da jetzt am Start. Alexei Schnürko. Matteo Busato. 33 Jahre. Ansonsten natürlich ein sehr junges deutsches Team. Michel Aschenbrenner. Paul Konrad Jägeler. Und Robert Jägeler. Ich würde mal tippen, dass die verwandt sind miteinander. Ist aber jetzt einfach nochmal so rein ins Blaue geraten. Dann das Raten der Drose-Team mit dem Felix Groß, der nächstes Jahr im Team bleibt. Leon Rode bleibt ebenfalls. Für den Berg haben sie Jakob Gessner und Paul Rudis. Allerdings mit 67er-Werten nicht ganz so stark. Dann schauen wir nochmal bei Team Dauner da vorbei. Da ist Markus Pajua aus Island. Ein guter Sprinter. 71,72. Damit wäre er unser Top-Sprinter momentan. Also, das wollen wir nicht unterschätzen. Und Andri Pratashtchuk bei Team Dauner. Ja, mei. Das ist doch der Hammer. Da freut sich Benni. Andri Pratashtchuk. Der Gesichtsausdruck ist auch... Verdammt. Warum kann mich niemand auf Null setzen? Das ist wirklich so. Also Andri Pratashtchuk. Die Legende aus unserer Sparta-Weltmeisterschaft, die Sportfan Rob damals gebastelt hat. Und dann, wie gesagt, der Blick noch auf das Team Lotto-Kernhaus. Kim Hajduk hat sich hier auch auf die 75 verbessert. Wie ja auch in der Discord-Story, die bei uns stattfindet. Da ist er auch auf 75, glaube ich, hochgeschossen. Jason Osborne. Bei Olympia auch dabei gewesen. Ich glaube, nur eine andere Sportart. Bin ich mir gerade unsicher. Luca Bockelmann ist hier auch am Start. Sehr, sehr schön. Also, wir treffen auch auf einige Kollegen von früher. Und dann schauen wir noch beim Team SKS Sauerland rein. Da ist auch der Iste, der stärkste Fahrer im Zeitfahren. Gerd... Joa. Gerd... Joa. Ich mache halt einfach mal 46 verschiedene Zeichen über ein paar Vokale. Und dann habe ich auch Namen zusammengeschustert, den kein Mensch aussprechen kann. Johannes Hut ab. Hut ab. Das klingt aber auch sehr gefährlich. Hut ab. Wenn man sich da einmal verspricht, dann ist der Arzt schon am Schnibbeln. Per Münstermann. Der bewegt sich immer per Münstermann. Michael Gieselmann. Das klingt doch alles, doch alles ausgedacht. Das ist doch alles nur geklaut. Jo, jo. Naso Blasen. Mein persönliches Lieblingsteam. Klingt sehr, sehr schön. Und Naso, wenn man da ein bisschen nuschelt, Naso Blasen. Das verdient man sich auf jeden Fall immer mal ein Fufi mit dazu. Muss man aber nicht unbedingt. Man kann natürlich auch sein Geld anders verdienen. Aber man kann das auch damit verdienen. Das ist völlig in Ordnung. Und jetzt schweife ich wieder ab. Und werde wahrscheinlich in den Kommentaren damit bombardiert, worüber ich hier gerade rede. So. Das waren die Teams. Das waren die Transfers. Was für uns jetzt spannend wird. Auch wenn wir erst am 29. Oktober sind. Nachwuchs haben wir jetzt schon. Für den Nachwuchs haben wir einiges gemacht. Und wir können bis einschließlich Februar ein U23-Team entwickeln. Und ich würde jetzt mal das Ganze durchlaufen lassen bis zum Januar. Und dann werden wir gemeinsam ein Team entwickeln. Und die Frage ist natürlich auch an euch. Wie groß soll dort der Kader sein? Ich würde den Kader relativ klein lassen. Weil 20 Fahrer, ich weiß es nicht genau. Ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen viel. Und da sind vielleicht auch zu viele talentierte Fahrer mit dabei. Wir können hier oben die Region ändern, wo wir scouten wollen. Ob wir das jetzt für die USA machen zum Beispiel. Oder dann eben auch ein kleines Land nehmen. Das sich eben in Nord-, Süd-, Mittelamerika befindet. Das würde ich jetzt ganz euch überlassen. Ich lasse jetzt hier mal die USA drin stehen. Dann können wir schauen, ob das die Rekrutierungszone eben die Welt sein soll. Was glaube ich keinen Sinn macht. Die Region oder eben das komplette Land. Da schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne hättet. Ihr könnt natürlich auch noch einen Namen vergeben für das U23-Team. Da würde ich mich auch freuen. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Personal wird verpflichtet. Material für die neue Saison haben wir auch schon. Verträge abgeschlossen. War jetzt unspektakulär. Wir sind jetzt überall auf jeden Fall im Forschungs- und Entwicklungsprogramm mit dabei. Bei Pinarello, Campagnolo und Shimano sind wir dort unter Vertrag. Finanziell geht es uns richtig, richtig gut. Da sieht man schon, ab Oktober verdienen wir auch deutlich mehr. Deswegen werden wir das dann ins Personal und in das Entwicklungsteam reinstecken, das Ganze. Und dann freue ich mich echt auf die neuen Fahrer. Das wird richtig geil. Gerade auch jetzt mal für die Sprintanfahrt nochmal mehr Optionen zu haben mit Yara und mit Kanister. Das wird der beschissenste Name, Kanister. Aber Goldweinkanister aus Curaçao, den werden wir zum grünen Trikot bei der Tour de France einfach peitschen. Das wird ein Fest werden. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Haben wir noch irgendwas? Wir haben eigentlich die Ergebnisse gezeigt. Die Transfers haben wir gezeigt. Nero ist auch schon am Bellen und denkt sich, jetzt reicht es auch, mein Freund. Und dann haben wir, glaube ich, alles gesehen, was wichtig ist. Oben noch ein paar Brüche mit eingeblendet. Ich sage Dankeschön fürs Schauen für die erste Saison. Und in der nächsten Folge geht es los mit der zweiten Saison mit Team Leechten. Also L-I-T-S-C-H-E-N, Team Leechten. Vielleicht noch ein E eingebaut nach dem I. Dann klingt das noch geiler. Ich freue mich, wenn ihr auch in der zweiten Saison so reichlich mit dabei seid. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, so als kleinen Schlussakkord. Weil bei der Arbeit dieses wichtige Projekt, was ich hatte, das ist jetzt erst mal soweit fertig. Jetzt wird getestet. Aber das ist jetzt alles nicht mehr so stressig. Und dann hoffe ich auch, dass ich weniger gestresst bin, als das die letzten Wochen der Fall war. Und werde auch wieder Kommentare beantworten und häufiger Videos bringen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran weiterhin. Und die zweite Saison wird mindestens so geil, wenn nicht sogar noch viel, viel geiler mit den neuen, jungen, talentierten Fahrern, die wir verpflichtet haben. Also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.